Ist das noch Cyberpunk-Rock oder ist das tatsächlich schon wieder eine wirklich gute Videospielverfilmung? Das wollen wir klären in einem kleinen Talk über Cyberpunk-Edge-Runners. So, vierte Stunde für mich und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Butter Binge auf vielfachen Wunsch über ein Thema namens Cyberpunk-Edge-Runners. Und dafür habe ich mir tatkräftige Unterstützung ins Studio geholt, denn ich muss direkt am Anfang zu gestehen, ich habe dieses Spiel noch nicht gespielt. Ja, ich weiß um dieses Spiel, ich kenne einiges um dieses Spiel, ich habe auch Demos oder damals auf der Gamescom diverse Showreels gesehen und so weiter. Aber ich habe das Spiel nicht gespielt, ich habe nur die Serie gesehen, über die wir heute reden und vertrete demnach die Position des Nicht-Fans oder Nicht-Kenners. Aber ich habe hier drei Kenner und Fans. Bei mir sitzen unter anderem Simon und Wirt und dann zum ersten Mal ganz frisch dabei Jolina. Perfekt. Ja. Sie betreibt unter anderem den Nani-Podcast mit wir zusammen, in dem es vor allem um Animes geht. Und du hast noch einen eigenen Podcast, Behind the Screen. Da geht es um Filme, nehme ich jetzt mal an. Nee, es geht um Psychologie bei Videospielen quasi. Oh, das trifft sich ja dann vielleicht jetzt sogar noch ganz gut, beziehungsweise ist wahrscheinlich ganz hilfreich, denn wir wollen bestimmt auch nochmal über die Psychologie bei Cyberpunk Edge Runners reden, denn ich finde, das ist ein spannender Punkt, den die Serie aufmacht, aber den sie nicht weiter verfolgt, meiner Ansicht nach. Aber das müssen wir jetzt noch nicht sofort klären. Generell kann man sagen, ohne zu spoilern, dass die Serie fast zu kurz ist. Also ich hätte mir manchmal mehr noch, mehr Masse noch gewünscht, um bestimmte Aspekte zu verdeutlichen, die recht kurz kommen. Gerade in der ersten Folge geht sehr viel Exposition und dann kommt aber, teilweise hätte ich mir das auf zwei, drei Folgen noch irgendwie aufgedröselt, vorgestellt. Ihr habt alle das Spiel durch, oder? Ich habe das Spiel tatsächlich nach dem Anime geschaut. Weil ich hatte durch den Anime gedacht, oh, ich hab so viel Bock auf dieses Universum, ich will da jetzt reintauchen, ich will wissen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein ergibt vieles, was im Anime passiert ist, viel mehr Sinn, wenn man das Spiel gespielt hat. Okay. Ich finde auch eines der Highlights bei Cyberpunk, jetzt mal von den ganzen Release-Debakel und den Bugs und dem Hate und so abgesehen, die machen ein 1A Worldbuilding. Also diese Stadt ist einfach geil, Night City ist dieses Spiel und deswegen macht halt der Anime total Bock in dieser Welt, sich irgendwie zu bewegen. Ja, und das finde ich sehr schön, dass eine Serie das schafft. Aber bevor ihr euch jetzt fragt, Night City, Cyberpunk-Spiel, von was reden die denn da zur Hölle? Also für all diejenigen, die genauso ahnungslos sind, wie ich es einstmals war, gibt's hier eine kleine Matz, in der wir zumindest mal die Serie einordnen wollen. Willkommen in Night City, wo Gewalt genauso zum Stadtbild gehört wie blinkende Neonlichter. Die Schauplätze des neuen Anime von Studio Trigger werden so einigen bekannt vorkommen, denn er basiert auf dem Videospiel Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red, die auch die Serie produzieren. In 10 Folgen wird eine eigenständige Geschichte rund um Street Kid David erzählt, der nach dem Verlust seiner Mutter Gloria ein militärisches Operating System in ihren Hinterlassenschaften findet, das er sich kurzerhand von einem Ripper-Doc implantieren lässt. Doch das gehört eigentlich dem Söldner Maine. Um seine Schulden bei ihm abzuarbeiten, schließt David sich Mains Gruppe an und begleitet sie auf einer Datenbeschaffungsmission. Wie viel Chrom wird David sich noch implantieren lassen? Und hält seine Psyche das aus oder wird er zum Cyberpsycho? Dies und mehr seht ihr bereits seit dem 13. September bei Cyberpunk Edgerunners auf Netflix. Ja, und das haben eine Menge von euch gesehen, weshalb sie oftmals gefragt haben, wann redet ihr über Cyberpunk Edgerunners? Und jetzt ist es soweit, wir wollen natürlich den Wünschen der Zuschauerschaft auch gerne entgegenkommen. 10 Folgen, rund 25 Minuten, es lässt sich innerhalb eines Tages, habe ich jetzt festgestellt, schon weggucken. Also ich habe sonntags, glaube ich, die erste Folge oder die ersten zwei geguckt, glaube ich, oder anderthalb und habe dann den Rest an einem Tag durchgeballert. Und ich finde, es ging eigentlich relativ flott und zügig. Aber jetzt mal direkt dann als erstes die Spielexperten gefragt, kommt dieses Spiel, äh, diese Serie, kommt sie dem Spiel nahe, ergreift sie das auf, was das Spiel auszeichnet, ist es eine gelungene Adaption? Also akustisch-technisch, muss ich sagen, haben die da sehr viele Elemente aus dem Spiel mit übernommen. Also zum Beispiel, wenn man über die Ampel geht, die ganzen Intercom-Geräusche und so weiter, das haben die alles aus dem Spiel übernommen. Das ist ja sehr, sehr wichtig, wenn sie das nicht übernommen hätten, wenn man so bedenkt, wie heutzutage einige Videospiel-Verfilmungen sind, da hoffen wir doch immer, hoffentlich kommt dieser Jingle. Bei Sonic denken wir uns einfach, hoffentlich kommt dieser Jingle oder bei anderen Filmen, hoffentlich kommt diese Musik, diese ikonische Musik, es wäre ungefähr so, als würden sie Metal Gear verfilmen. Und dann kommt nicht dieser Intercom und solche Sachen haben sie drin. Also man sieht Sachen, man hört Sachen und denkt halt einfach, okay, das ist dieses Night City, was CD Projekt Red im Videospiel gemacht hat, aber jetzt als Anime. Und auch die ganzen Psychos, diese Designs, man sieht die halt immer wieder und denkt sich halt einfach, okay, das ist eine recht akkurate Umsetzung dieser Welt, die da schon erschaffen wurde. Meiner Meinung nach. Und kriegen sie das Worldbuilding so hin? Also ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht, ich hab Night City jetzt, das soll jetzt nicht unfair klingen oder hart oder so, aber ich muss sagen, ich hab Night City jetzt nicht unbedingt als so zusätzlichen Charakter zu den eigentlichen Charakteren dieser Serie wahrgenommen. In der Serie meinst du jetzt? Also das stimmt, da stimme ich dir sogar so ein bisschen zu, obwohl ich die Serie tatsächlich sehr gelungen finde auch. Das will ich jetzt gar nicht. Ja, genau, genau. Aber nee, doch, ich finde das Worldbuilding hat schon sehr gut funktioniert, obwohl man sagen muss, ja, man erlebt wenig von der Stadt an sich. Es geht eher um diese Charaktere, man kriegt so ein Flair für die Gesellschaft, finde ich auch. Also man kriegt eher so eine Stimmung mit. Und ich finde, das ist, glaube ich, auch viel, was Cyberpunk so auszeichnet, ist tatsächlich diese Stimmung von diesen ganzen Umgebungen, von dieser Welt, die irgendwie in der Zukunft spielt, wo Gewalt eine große Rolle spielt, aber eben auch technischer Fortschritt. Und wenn man zum Beispiel Mike Pondsmith fragt, das ist ja der ursprüngliche Erschaffer von dem Cyberpunk-Universum, das hat ja als Tabletop eigentlich gestartet, wurde dann, und er hat sich inspirieren lassen von Anime, hat das Tabletop gemacht, dann ging's zu einem Videospiel und jetzt ist es wieder Full Circle Anime. Der war sehr begeistert tatsächlich von der Serie, also es ist zumindest die, es trifft die Vision des Erschaffers. Ich würde aber auch sagen, dass mir die Stadt zu kurz kommt, das zählt zu dem, was ich eingangs gesagt hab, dass zu wenig Zeit da ist in diesen kurzen, knackigen, snackable Folgen, um wirklich alle Aspekte dieser Welt, die ja eigentlich ziemlich geil sind, zu beleuchten. Was dazu führt, dass Leute, die das Spiel nicht kennen, so wie du, vielleicht ein bisschen in der Luft hängen, weil sie die Regeln nicht kennen, weil sie nicht wissen, wie diese Gesellschaft funktioniert, weil sie sich vielleicht auch nicht mit diesem, es wird ja mehrfach in der Serie auch erwähnt, aber dieses, wenn der Körper die Implantate nicht mehr aufnehmen kann, dann werden sie ja zu Cyberpsychos und das ist einfach Wahnsinn, also sie, ne, sie werden einfach wahnsinnig und sind dann gefährlich, weil sie natürlich augmentiert sind und dadurch, ne, sehr gefährliche Waffe sind. Das wird, find ich, in der Serie ganz gut erklärt, aber man kriegt von der Stadt und wie die damit umgeht eigentlich nicht so viel mit und das fand ich schade. Ich hätte gerne, es gibt ja in der Serie im Spiel, gibt's diese Montagen, wo man dann über einen kürzeren Zeitraum sieht, okay, die hängen zusammen ab, die gehen hier, die haben da Party gemacht, da gehen sie sauber. Da hängt er irgendwie im Halbtot irgendwie im Bett. Da, sowas fehlt so ein bisschen. Also einfach dieses Worldbuilding mitnehmen und auf die Stadt übertragen, dass man mitkriegt, die leben da. Weil man hat das Gefühl, er ist irgendwann, vielleicht soll's ja so sein, er ist irgendwann nur noch in dieser Augmentierung, in dieser nicht virtuellen Welt, aber doch in dieser augmentierten Welt unterwegs und die Realität ist dann gar nicht mehr so wichtig. Ja, also wenn ich jetzt irgendwas von der Stadt mitbekommen habe, dass dann irgendwelche Leute mit irgendwelchen Sextoys in der Straße rumliegen. Das fand ich auch weird. Das war im Spiel überhaupt nicht, deswegen fand ich es auch so befremdlich, wo die einfach so diese VR-Brillen aufgenommen und diese beweglichen ... Irgendwo an der Straße mit so einer Gubi, pneumatischen Vagina sitzt der da rum, das fand ich weird. Das fand ich auch seltsam. Warum machst du das nicht zu Hause? Wenn er keins hat, warum hat er dann sowas? Warum kann er sich das leisten? Also wenn er es draußen machen kann, warum nicht? Ja. Ja, okay. Ja, gut. Wenn's erlaubt ist. Ja, wenn's erlaubt ist, erlaubt's nur egal. Ja, also ich würd auch sagen, es ist egal, oder? Also ich mein, den Leuten, die da leben, das sollte ja schon eher so ein Moloch sein und Überfluss und was weiß ich. Und wenn man ja was von dieser Serie mitkriegt, ist ja, dass sich die Gesellschaft schon in Konzerne und eben der Rest aufspaltet. Und entweder du hast es gepackt und bist in so einem Konzern drin und gehst da halt mit, oder du versuchst halt eben mit den Trümmern, die übrig geblieben sind, irgendwie dahin zu kommen. Ja, das wollen ja sowohl dieser, wie heißt der, Faraday, der große Auftraggeber im Hintergrund, als eben halt auch, ja, David oder seine Mutter oder eben, keine Ahnung, Lucy will ja sogar noch weiter hinaus als so ein großer Konzern, die will ja direkt auf den Mond. Ja, und da würd ich sagen, ist auch für mich ein Knackpunkt begraben, die Figuren, ne? Also es sind so viele zweckdienliche Figuren eher dabei. Also ich hab Interesse gehabt an Lucy, ich hab Interesse gehabt an David, aber darüber hinaus war jetzt nicht so viel Figurenmaterial da, was ich gern noch länger gesehen hab oder wo ich gedacht hab, oh, schade. Main wäre noch interessant gewesen. Ich fand, Main kam leider sehr, sehr kurz. Also der hatte irgendwie so diese Flashbacks noch gehabt und ich dachte, okay, jetzt erfahren wir mehr über Main. Kam gar nichts. Ja, ne? Also, beziehungsweise, aber war das ein Flashback oder sollte das nicht einfach nur schon Teil der Psychose sein, dass er dann, du meinst diese Wüstenszene? Ja, genau, die Wüstenszene, wo er schon langsam zum Psycho geworden ist. Das war ja definitiv Main, als er noch ein bisschen jünger war. Da war er halt jünger, kleiner, schmächtiger und da hätte ich dann mehr erfahren, weil man möchte ja halt den Beweggrund ja davon haben. Und ich glaub, wir gehen jetzt auch ins Spoiler-Theoretum. Dürfen wir noch nicht? Naja, sagen wir noch. Naja, es ist ein Recap, ne? Es ist ein Recap, ja, okay. Und die Serie läuft seit wann? 13.09. Ja, gut, ich mein ... Zumindest die erste Hälfte kann man ja mal spoilern. Wenn ich die Hälfte, wenn ich die Motivation von Main verstehe, dann verstehe ich doch auch nachher die Motivation von David, weil die Motivation von David war für mich irgendwie nicht wirklich gegeben, weil ich weiß, er hat irgendwie eine Vaterfigur gesucht, er hat ein Vorbild gesucht, er hat ja dann dementsprechend auch seine Arme geerbt, wurde dann auch so ein bisschen größer und meinte auch so, ja, alles, was mich nicht umbringt, das macht mich nur schade. Er nimmt sich dann auch hier diese ganzen Verstärkerungen und so, diese Spritzen, aber er weiß auch, er ist dadurch dann erst zu diesem Psycho geworden und ich verstehe dann halt einfach nicht, warum David dann das alles mitmacht. Warum er dann nicht sagt, ey, nach der sechsten Folge, ey, ich stacke aus, ich muss da raus, meine Mutter hat mir was anderes gewünscht und letztendlich ist er in die gleichen Fußstaffen wie Main getreten. Naja, gut, er sagt, er denkt ja halt, er ist was Besonderes. Ja, aber ich seh darin eine Analogie zu Süchtigen, die halt auch denken, mir kann das nix anhaben. Die anderen um mich herum, die verrecken alle, die können das nicht handeln, aber ich krieg's hin. Er sagt ja tatsächlich ein Bild different. Ja. Was so ein typisches Klischee ist, was sich Süchtige sagen, damit sie einfach das nicht hinterfragen müssen. Und er hat auch diesen Punkt, wo er sagt, jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt hör ich doch nicht mehr auf. Also, er ist dann irgendwann, verliert er sich in diesem Entwicklungsprozess und akzeptiert gefühlt einfach, dass er irgendwann zu einem Psycho werden wird. Also, so hab ich das Gefühl. Sagt ihm ja jeder, mehr oder weniger, ab der vierten Folge oder so, sagt ihm jeder, ey, so wie du das weitermachst, gibt's nur einen Ausweg, so wie's endet. Vom Doktor, der ihn die ganze Zeit bearbeitet, was übrigens eine geile Szene ist, wie er mit seinen Spinnenfingern so richtig gierig über ihn so drüber, über den Körper drüber hafert, weil er's gar nicht erwarten kann, da rum zu vorwerken, fand ich eine ziemlich geile Szene. Hat generell sehr viele gute Szenen. Also, von der Animation her ist es super gemacht. Ja, ich fand's halt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, teilweise ein bisschen erschreckend, also gerade diese Art Szene, wo er sich das Sandevistan, also dieses Implantat, eben implantieren lässt. Und dann zu sehen, okay, Betäubung gibt's gar nicht, so. Der beißt auf irgendwie so ein Seil oder so und dann beißt er die Szene, wenn ihm sein Rückgrat da irgendwie bearbeitet wird. Alter. Puh, okay. Also, das ist ja auch was, wo man durchaus sagen muss, okay, an krassen Bildern, so, du hast es auch schon gerade gesagt, es gibt viele krasse Bilder, es gibt viele Momente, wo sehr viel sehr schnell passiert. Und das ist auch, find ich, so, ähm, ein Punkt irgendwie so in der Serie, dieses, ähm, wir reden ja jetzt schon davon, wir wollen irgendwie Entschleunigung, alles geht irgendwie so schnell, alles passiert gleichzeitig. Und ich finde, Side of the Punk, Edgerunners hat das auch noch mal sehr gut dargestellt, das noch mal to the max. So, ne, also, wie Figuren teilweise auch verschwinden, sag ich jetzt mal ganz, äh, verschwinden oder wieder auch da reintreten, das geht ja alles zack, zack, zack so, ne. Und, ähm, das, äh, find ich auch wie krass dargestellt. Aber, naja, ich mein, also, für mich einer der Beweggründe, das sich überhaupt anzuschauen, ja. Ich mein, ich hab LOL nicht gespielt und ich hab aber die Grafik gesehen von Arkane. Und dachte halt so, ja, okay, das Studio und, und so wie das aussieht, das ist schon cool, gerade mit diesen 2D-Elementen immer wieder da drin, so, zack, will ich mir angucken. Und, ähm, hier hab ich halt gesehen, okay, hier ist Studio Trigger. Ja, ich kenn jetzt nicht alles von Studio Trigger, aber ich kenn doch genug, was mich an Studio Trigger reizt. Und das ist halt eben genau dieses Over-The-Top, diese Inszenierung, diese wirklich Over-Over-Over-The-Top. Und dann halt dieses Kantige, ja, also diese, diese wirklich abstrakten Figuren, diese abstrakten Bilder, die auch wirklich in irgendwelchen ganz knallharten Nahaufnahmen irgendwie, sag ich mal, verharren oder irgendwelche Details und Abläufe ganz eng irgendwo dran zeigen, wo man erstmal raffen muss, was das überhaupt ist. Und, ähm, ich geb's zu, es ist Nitpicking, ja, es ist kleinlich vielleicht gesehen so, aber ich bin von Trigger schon ein bisschen, weiß ich nicht, Wilderes gewohnt so, ja, also ich war ... Ich fand, das war schon ganz schön wild, gerade wenn diese Kräfte eingesetzt werden, man diese Zeitverschiebung visualisiert sieht, das war schon irgendwie ganz schön ... Ja, ja, und das will ich auch gar nicht abstreiten, das will ich auch gar nicht abstreiten, aber ich komm von ... Meinst du, sie können noch mehr? Ich komm von Promare oder Promare, ja, und wenn ich jetzt Promare mit Edgeroners vergleiche, dann ist das aber ein Bildschirmschoner, also ... Oh Gott. Ein bisschen übertrieben, aber ich versteh schon, Promare hatte schon viel gigantischere und buntere Momente, wo einfach wirklich ... Da ist die Netzhaut explodiert, jetzt mal ehrlich. Ja, aber muss ich, brauch ich das? Weil ich fand das schon wirklich anstrengend. Also das hier hat eine andere Härte, weil ich finde, Cyberpunk hat diese Härte, die auch im Videospiel ist. Da wird jemandem den Kopf weggeschossen, das heißt, da fliegt halt erstmal alles wie bei Mortal Kombat durch die Gag-Ecke und ein Auge kommt hier raus und du siehst hier einen Kiefer und da und so weiter. Es ist sehr explizit dargestellt. Das Gleiche gilt auch hier Sex und Sexualität. Das ist auch sehr explizit dargestellt, wie halt im Videospiel. So was siehst du in den anderen Anime von Studio Trigger so überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das war aber, ich war erst tatsächlich so ein bisschen skeptisch, als ich gehört habe bei Studio Trigger, weil Studio Trigger eben sehr bunt ist. So, es ist sehr bunt. Man sieht es auch teilweise auf den Bildern, die hier auch gezeigt werden. Es ist sehr farbenfroh. Und ich hatte, mein Vorurteil von Cyberpunk war so ein bisschen, okay, das ist sehr düster, es ist brutal, es ist so Sci-Fi-mäßig. Aber ja, es ist beides. Es ist Neonlicht und es ist schwarz. Und ich finde, ich war überrascht davon, wie gut es eigentlich passt und wie gut es das umsetzt. Ich seh's, also ich stimme dir zu und ich seh's aber eher so, dass einfach alles in dieser Welt künstlich ist. Das Licht ist, das normale Licht reicht denen nicht. Es muss einfach immer irgendwo Neonlicht sein. Alles ist in irgendwelche satten Farben getaucht und das spiegelt natürlich wieder, dass es den Leuten halt auch nicht reicht, normal zu sein. Die wollen halt alle irgendwie was Besonderes, alle wollen sie bei Asaka, heißt das, glaube ich, ganz oben sein, ne? Also, was auch interessant ist, weil er steht ja zu einem gewissen Zeitpunkt in der Serie steht er oben und tut so, als hätte er das erreicht, was er seiner Mutter versprochen hat. Nur die hat natürlich was vollkommen anderes gemeint. Und da wird dann klar, dass er eigentlich gar nicht mehr richtig rafft, was er da eigentlich gerade macht so. Also, es ist super interessant, finde ich, aus so einer psychologischen Sicht zu sehen, wie er sich verändert. Das geht mir halt zu schnell. Das ist ein bisschen mein Problem. Ja, und das würde ich auch sagen, das geht ein bisschen schnell, weil dieser psychologische Aspekt so, wann, wie lang ist man noch Mensch? Wie viel vom Mensch kann man sich erhalten, obwohl der Körper schon fast komplett künstlich ist? Weil auch das ist ja etwas, was David, glaube ich, von diesem, wie heißt der, Edge-Doktor da oder Spin-Doktor? Ripper-Doktor. Ripper-Doktor, genau. Was er von diesem Ripper-Doktor da erzählt bekommt. Ich meine, du hast so viele Teile jetzt in dir, dass dein Körper das überhaupt akzeptiert hat, ist schon ein Wunder, aber übertreib's nicht und so. Und dieser psychologische Aspekt, der ja auch schon Ghost in the Shell und was weiß ich alle gemacht haben, der kam mir halt im Effektgewitter und in den coolen Sprüchen und in allen möglichen Action-Sequenzen kam mir das ein bisschen auch zu kurz. Ich fand es ein bisschen schade, weil es ist ja eigentlich ein spannendes Thema. Und auch, ich denke mal, in Cyberpunk, genau wie damals in Deus Ex Machina. Ja, da ist es ja auch. Nee, nur Deus Ex. Deus Ex. Stimmt, Deus Ex. Da war das ja immer wieder ein Thema, da wurde es ja immer wieder, sag ich mal, hervorgeholt, um zu sagen, ey, wie sehr bin ich noch Mensch, wenn mein Körper halt zu 80 Prozent aus Chrom oder Metall oder sonst irgendwie künstlichen Gliedmaßen besteht. Und was macht das mit dir, wenn du solche Sachen kannst, die übermenschlich sind? Und hier ist es eigentlich nur irre, ne? Also es ist eigentlich nur durchticken und irgendwie alle Leute umbringen, so. Und das fand ich ein bisschen schade, man hätte da irgendwie auch, und das ist ja nicht schlimm, wenn man mal, es gab ja auch schöne ruhige Momente. Ich erinnere an diesen Dialog zwischen Lucy und David, wenn sie aus der Stadt rausfahren und sie mal so ein bisschen was von ihrer Vergangenheit erzählt, so. Da war ich wirklich so, ach, das ist ja mal wirklich ein schöner Moment. Also beziehungsweise so, man kann durchatmen, es ist mal ruhig, zwei Leute unterhalten sich ganz normal und schreien sich nicht an. Und drücken sich auch nicht einen Fäkalspruch nach dem anderen irgendwie rein. Und, ähm, so. Das waren irgendwie die Momente, die hab ich dann doch im ganzen Gewitter irgendwie ein bisschen vermisst. Und die haben so ein bisschen Ruhe, ein bisschen Background, ein bisschen Gefühl gegeben. Und auch ein bisschen halt eben mit der Philosophie gespielt, so, ne? Da ist das Mädchen, das auch fast künstlich nur noch ist, so, ja, zur absoluten Datensuchmaschine gedrillt wurde. So kann man sie doch beschreiben, oder? Also so Netrunnerinnen sind ja halt so die modernen Hacker, die dann halt einfach nur dazu gemacht wurden, um dann halt zu hacken. Genau. Und deren Ziel ist nichts anderes als der Mond, wo eigentlich nichts mehr ist, so, ja? Also das fand ich irgendwie einen spannenden, einen spannenden Punkt. Warum hat sich diese Figur oder dieses Wesen oder dieser Mensch irgendwie dazu entschieden, dorthin zu gehen, wo halt wirklich gar nichts mehr ist, wo er eigentlich auch gar nicht richtig leben oder atmen kann? Vielleicht ist das genau, ist das wie die Spitze des Asaka Towers, einfach so ein Symbol für es geschafft haben, für auf die Dinge rüberblicken. Ich mein, noch mehr kann man sich ja gar nicht von dieser total kaputten Welt entfernen, als auf dem Mond sitzen und darauf rüber gucken. Ich hab das immer so gesehen als so diesen Traum, ja, und wir gehen dann, weißt du, und wenn wir erst alles haben, dann machen wir Urlaub und dann hauen wir ab und dann kaufen wir uns eine Insel. So diese Art von Traum, nur in dieser Welt kann das eigentlich nur der Mond sein, weil's halt technisch völlig absurd ist, da dort zu leben. Ja, aber, also, ne, du sagst, der Tower ist auch so ein Ziel, aber der Tower ist ja doch eigentlich nur ein weiteres, eine weitere Machtstufe. Also da ist ja wieder die Gier, die da eine Rolle spielt und sie sagt sich ja jetzt wirklich frei von allem. Warum? Wieso? Also es wird ja nur anhand ihrer Aussagen irgendwie so ein bisschen erklärt und, ähm, das müssen wir glauben, ne? Ja, aber muss man, Entschuldigung. Ja, also ich find, ich kann's schon ein bisschen nachvollziehen, man weiß nicht so genau, warum sie jetzt genau weg will, find ich so. Ähm, aber es ist schon, also der Mond ist ja, um vielleicht noch so ein bisschen Background zu geben, der Mond ist, wird ja quasi gerade geteraformt, mehr oder weniger, in dem Anime. Und da ist es eigentlich ein Ziel für sehr, sehr reiche Leute, also die, die sich das überhaupt schon leisten können, die, diese Kolonialisierung des Mondes, der noch in der Anfangsstufe ist, überhaupt, ähm, dahin zu gehen. Aber das ist für sie, ich glaub, echt so ein bisschen Weltflucht. Es ist so dieses, nee, dieses ganze System, in dem ich grade lebe, in dem ich arbeite, dieses ganze Netrunning, das ist alles, ja, ist glaub ich so ein bisschen müde davon geworden. Und, ähm, sucht vielleicht einfach was, was anders ist. Sie, sie merkt, sie weiß nicht genau, was sie sucht, aber sie weiß, das möchte sie irgendwie nicht mehr. Gut, die Stadt, Entschuldigung, die Stadt bietet ja auch jeden Anlass, um da rauszuholen, ne? Absolut, und da muss man überlegen, diese Stadt ist ja mehr oder weniger, das ist das Beste, was die Erde noch zu bieten hat. Also, das ist nicht so, als ob die in der Dreckstadt sind, sondern das ist die Stadt, wo alle hinwollen, weil's überall noch schlimmer ist. Oh, okay. Das heißt, du bist halt, auf dem Mond bist du ja mehr oder weniger, kannst du nochmal neu anfangen. Es ist so dieses wilde Westen, du kannst nochmal kolonialisieren, du kannst nochmal einfach neu starten, ein neues, neues Blatt. Weil ich denke, dass es im Kopf zumindest darum geht. War's am Ende des Spiels nicht ungefähr genauso? Ja. Da war's dann auch so. Kommt aufs Ende an. Da kommt das Ende an, ja, ja. Kommt aufs Ende an, dass sie dann halt aus der Stadt rauswollten, weil ... Aber das, muss ich sagen, ist etwas, was ich dann nicht mitgeschnitten habe, dass außerhalb von, von Night City wirklich gar nichts mehr existiert? Na doch, aber ... Es muss, aber ... Es ist nicht lebenswert. Es, glaub ich, ja, ist eine der besten Städte, weil wahrscheinlich alles rundherum weggenugt ist. Wir haben ja mitbekommen, da gab's ja irgendwie diese Konzernkriege, weil ... In der modernen Welt kämpfen keine Nationen mehr miteinander, sondern es sind Konzerne, die untereinander Krieg führen. Und Arasaka gehört dann halt zu den Top-Konzernen, die dann halt in Night City dann halt eine der besten, größten Städte der Welt gebaut haben. Also, ich hab mich so ein bisschen schlau gelesen tatsächlich. Es gibt noch, also auch Europa, es gibt auch noch Südostasien und so weiter. Aber Japan ist quasi das mächtigste Imperium und hat halt quasi großen Einfluss auf die NUSA, also die New USA. Und die anderen Länder sind aber alle technisch nicht so fortgeschritten wie Night City, wie die NUSA oder eben Japan. Und, ähm, ja, sind nicht so wirklich krass lebenswert. Also, die haben viel mit Hungersnöten zu kämpfen und das ist halt dritte Weltland mittlerweile. Die haben bestimmt Krankenversicherungen, die besser sind als Night City. Ey, aber wenn du irgendwo eine brauchst, dann in Night City, würd ich sagen. Das fand ich aber auch gut gemacht, also, wie das dann nochmal gelöst wird, so wie es in den USA ist. Also, ja, die hat keine Krankenversicherung, die nehmen wir nicht mit. Ja. Ja, stimmt, der Anfang, ne? Ja, mit der Mutter, wo es dann hieß, ja, hier, Premium-Krankenversicherung, nehmen wir mit. Ich find's auch schön, dass die Traumateams relativ häufig vorkommen, die ja auch im Spiel vorkommen. Was halt immer diese, das halt die, ähm, das, für die Oberklasse einfach das Gesundheitssystem, ne? Wenn du irgendwie stirbst oder irgendwas, dann wirst du sofort abgeholt und dann hast du da bewaffnete Einheiten, die nur sich darum kümmern, dass du abgeholt und wiederbelebt wirst in irgendeiner Form oder dass du gerettet wirst, was ja genau das zeigt, ne, was du gerade gesagt hast, wird. Ja, ich fand's auch am Anfang schon krass mit der Mutter, wo sie einfach, ja, deine Mutter ist tot, hier ist, äh, die Urne wird aus einer Maschine rausgeschmissen, wo ich dachte, boah, das ist ziemlich hart, weil einfach so ganz maschinell wird ein Mensch halt einfach jetzt irgendwie gestattet, beerdigt oder jetzt einfach in eine Urne reingepackt. Und ja, nimm mit nach Hause, kostet so und so viel. Und das zeigt halt einfach, wie kalt diese gesamte Welt ist und dass der Mensch halt auch einfach nicht mehr viel wert ist. Es sei denn, du bist ja eine Oberklasse. Es ist Wegwerfgesellschaft, äh, to the max quasi auch mit Menschen. So, Menschen sind ersetzbar, Menschen, also alles am menschlichen Körper ist ersetzbar und Menschen werden dadurch teilweise auch einfach ersetzbar. Aber im Spiel war's ja zum Beispiel nicht so, du warst ja sofort argumentiert, also du hast ja am Anfang schon neue Hände und so weiter bekommen und hast dich ja nach und nach immer mehr verbessert, verstärkt und so weiter. Und am Muscle hast du ja nicht irgendwie so darauf angewiesen, dass du irgendwann durchdrehst oder so. Nee, dieser Psycho-Aspekt, der findet zwar statt im Spiel, aber die Hauptfigur betrifft es nicht. Nee, genau. So wie bekommt das nicht. Also auch ein bisschen Halbgeist, kann man sagen, ja. Und diese, sag ich mal, ich nenn's jetzt mal Infizierten, ja, oder Cyber-Psychos, wie derjenige, der hier ihm mit den Goldhänden den Schädel wegballert, der so wie so ein Penner daherkommt und so halb zerfressen ist. Ist das etwas, was im Spiel irgendwie eine Rolle spielt? Ist das ein Element aus dem Spiel? Ja, tatsächlich. Also es ist diese Cyber-Psychose, die haben ja dann quasi, also Psychose ist ja ein Wahnzustand, in dem man Realität nicht mehr so richtig von, also die Realität nicht mehr so wahrnimmt, wie andere Leute sie wahrnehmen, sag ich jetzt mal. Oder wie die meisten Leute sie wahrnehmen, weil da so ein chemisches Ungleichgewicht eben im Gehirn herrscht. Und das findet sich im Spiel auch so, das gibt tatsächlich eine ganze Missionsreihe, wo man diese Fälle untersucht und guckt, okay, kann man die irgendwie noch retten? Kann man da irgendwie eine Behandlung irgendwie auch anstreben? Weil in einer normalen Gesellschaft ist eigentlich so, ja, der hat eine Cyber-Psychose weg damit. Ja. Den kann man nur noch abknallen, so. Aber es gibt halt eine Figur, die sich bemüht darum, Cyber-Psychose zu heilen, zu behandeln, zu gucken, hey, kann man da irgendwie überhaupt noch was machen? Das wird natürlich hier jetzt nicht aufgegriffen, da wird eher so gesagt, okay, du entweder tunst drunter oder man wirst halt irgendwie weggeknallt irgendwann. Das heißt, diese ganze Action, die die Serie innerhalb von zehn Folgen präsentiert und manchmal, muss man ja auch sagen, hangelt sie sich ja schon von Action zu Action so, ähm, repräsentiert die das Spiel? Also ist das wirklich so actiongeladen? Ich mein, ich weiß, in einem Live-Action-Rollenspiel kann man sich natürlich aussuchen, welchen Weg man geht, so. Aber ich denk mal, pro Storyline werden schon genug Beats irgendwie vorhanden sein, um halt eben für Ballerei, Schwertkampf, Nahkampf oder sonst irgendwas zu sorgen. Also, wenn ich jetzt als jemand, der Cyberpunk noch nie gespielt hat, diese Serie sehe und ich sehe eine Menge an Action, an wirklich überbordener Action, die ich jetzt halt ableiten kann von wegen, okay, ich weiß halt, was Studio Trigger machen. Aber jemand, der das nicht weiß und das sieht, ist das dann für den tatsächlich so eine Repräsentation des Spiels? Nicht ganz, würd ich sagen, weil ich glaub, Cyberpunk am Anfang, ich hab's vor zwei Jahren, als es erschienen ist, durchgespielt und so, wie ich es in Erinnerung hatte, war sehr viel Dialog da, sehr viel Zwischensequenz. Man hat sich dann halt durch mehrere Personen erstmal, ja, durchreden müssen. Aber wenn die Action kam, dann kam die schon ziemlich krass, aber zu dem Zeitpunkt, als ich's gespielt hab, war sie noch nicht so, wie soll ich sagen, flutscht. Fertig? Ja, fertig. Also, war schon recht buggy. Und hier, wie ich die Action sehe, das ist schon richtig krass. Also, ich hab, ähm, David hat ja halt die Möglichkeit, sich sehr schnell zu bewegen. Und diese Funktion gibt's dann auch im Spiel, sieht aber ein bisschen anders aus. Das ist einfach eine Bullet Chime. Also, ich muss sagen, ich hab's ja jetzt aktuell gespielt, nachdem's jetzt ein bisschen gepatcht wurde, nachdem eigentlich, also wir sind jetzt nicht groß Bugs aufgefallen. Und was es halt gibt, ist, es gibt immer wieder auch in der Open World, wenn du dich da bewegst, ähm, so Überfälle von irgendwelchen Gangs oder so weiter. Du kannst, du fährst irgendwo durch die Stadt, ähm, und du kriegst sofort auf, hier, da ist grad ein Überfall, äh, willst du dich da mit einmischen? Und, also, es gibt sehr viele, also, sie sind meistens nicht irgendwie storyrelevant, so, aber du könntest theoretisch an jeder Ecke, kannst du irgendwo eine Schlägerei anfangen und ein Massaker, sag ich immer so. Also, das geht schon. Okay, ja, gut. Ja, weil es ist halt schon ein Dauerfeuer, ne? Ja, es fehlt aber in der Serie. Nee, ich wollte das bestätigen. In der Serie fehlt mir halt, wie gesagt, das dazwischen, dieses, was man im Spiel hat, dieses Rumfahren, sehr viel Rumfahren, sehr viel Reden, sehr viel auch, ähm, sich diese Welt, diese Welt atmen, gehst mal in eine Bar, suchst den Richtigen, machst mal ein Braindance, was ja auch nochmal ruhiger ist. Also, diese Elemente fehlen halt alle in der Serie, weil's einfach eine sehr stringente, schnelle Action-Serie ist. Aber ich find auch die Action, wenn man da mal so einen Kampf hat und wirklich auf Frontalkonfrontationen geht, dann, ja, sieht nicht so aus, aber es fühlt sich so an, dann ist das schon heftig. Aber, ähm, wie gesagt, es ist halt wirklich was anderes. Es sind zwei völlig unterschiedliche Medien, ne, die kannst du schwer vergleichen, find ich, in dem, in diesem Feld. Okay, aber, ja. Weil es sieht nach mehr Action in der Serie aus, als es dann, wenn du es selbst spielst, ist, was aber einfach daran liegt, dass du es aus der Ego-Perspektive siehst, ohne heftige Schnitte, ohne Effekte, ist natürlich was anderes, ne? Und findst du, ist es gut erklärt worden, was so, also, weil, ich mein, ich seh die Serie, ne, und dann ist der erste Begriff, mit dem ich irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, wo ich mich ein bisschen fragen muss, okay, was heißt das jetzt? BD, sagen sie, ne? BD, das sind diese, sag ich mal, Erlebnisse anderer Menschen, die man sich halt so angucken kann, aller Strange Days. So, ne? Ja. Und dann kommen die Eddies, da hab ich dann auch gerafft, okay, das ist ein Zahlungsmittel und so weiter. Euro-Dollar. Ja. Ja, und findet ihr, die haben die Welt, also, ich find's auch gut, wenn man erstmal in so eine Welt reingeschmissen wird und sich so ein bisschen selbst erarbeitet, und ich bin auch kein Fan der Expositionsdialoge, so von wegen, ah, wir müssen jetzt noch zur Bank und uns ein paar Eddies holen, unsere Währung, mit der wir hier alles bezahlen. Das ist eine typische Anime-Exposition, das Dialog. Ja, unter anderem die BDs, mit denen wir in die Gedanken anderer Menschen eintauchen können und so weiter, ja, also, das wird ja alles nicht gemacht, und das find ich auch halbwegs in Ordnung, ich musste nur an ein paar Stellen, musste ich schon irgendwie mal denken, ah, hier hätt ich vielleicht doch die ein oder andere Erklärung gebraucht, weil sie mir dann doch nicht so nachvollziehbar erschienen oder weil's dann doch nicht so nachvollziehbar war, was ich da gesehen hatte. Mir ging's tatsächlich, also, Sprache fand ich generell teilweise so ein bisschen schwierig, ich hab's jetzt auf Englisch geguckt, ähm, und auch auf Englisch, ich hab das auch schon von Leuten gehört, auf, also, ich glaub, bei der Synchro scheinen sich so ein bisschen die Geister, viele finden's cool, ich fand's so ein bisschen teilweise cringe, weil es, gerade in den ersten zwei Folgen war's so sehr reingeworfen mit so sehr viel Jugendsprache, und auch dieses, also Choomba zum Beispiel, ist ja auch so ein Begriff, der wird zwar auch, der ist so Cyberpunk-Native, aber war für mich so, okay, es wird so viel mit so Jugendsprache umhergeworfen, Jo, lass das mal nicht checken aus, und ich... Aber es sind junge Leute, und die wissen oft nicht, wann's genug ist. Ja. Weil, weil, es ist ja so, die machen das dann, nutzen das dann als jedes zweite Wort, und dann denkst du dir, als Außenstehender, nee, ist nicht mehr cool, aber das Gefühl hatte ich tatsächlich auch, es war ein bisschen too much, aber ich kann's mir damit erklären. Bruder oder Digger, ne? So ein bisschen. Habt ihr's alle auf Englisch gesehen? Nein, ich hab's auf Deutsch gesehen. Ich hab's auch auf Deutsch gesehen, und ich muss sagen, deutsche Lokalisation und Synchroarbeit war hervorragend. Ey, die deutsche Synchrone ist, also wirklich, ähm, wenn wir jetzt irgendwann mal wieder einen Bud Spencer und Terrence Hill-Film kriegen sollten, dann hätt ich gerne die Drehbuchschreiber für dieses Drehbuch, bitte. Weil, da waren Sprüche dabei, hab ich gedacht, ey, das kann nicht euer Ernst sein. Also, ich find, die Serie besitzt eine gewisse Ernsthaftigkeit, ja? Also, die hat schon einen finsteren oder einen dunkleren oder irgendwie einfach einen ernsten Kern so, das ist ja schon traurig. Aber die Sprüche, die sich gegenseitig geben, ne? Die ziehen's dann immer irgendwie so ins Vulgäre, ins Infantile, ins irgendwie, ja, ins Pubertär-Poserige so, ne? Also, ich mein, da sitzt dann dieser Ripper-Doc und sagt so, ich weiß nicht, wer deinen Bregen verpimmelt hat, aber ich find, das ist keine gute Idee. Aber ich wusste wirklich, ich sag, was hat der jetzt gesagt? Der hat dir das wirklich so gesagt. Das find ich aber gut. Und er sagt wirklich, ich weiß nicht, wer deinen Bregen verpimmelt hat, so, ja? Und ich denk, ey, wer, 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 wer redest du mit, also, wer willst du denn nicht? Ich weiß nicht, was er da gesagt hat. Ich glaube, er meint irgendwie, dass jemand sein Hirn irgendwie kaputt gemacht hat oder durcheinander gebracht hat, so. Und solche Sprüche kommen ständig. Ja, es ist immer so, boah, Echtleder, fickt die Wand an. Ja, genau. Oder, juck mir nicht die Eichel. Ja, am Arsch ist Duster, die ganze Zeit. Das klingt gerne ab was Fenster. Ja, aber um mal auf die Frage zurückzukommen, also, du hattest ja gefragt, ob die Serie gut in die Welt einführt. Es gab ein, zwei Sachen, wo ich so ein bisschen auf dem Schlauch stand, auch weil ich Cyberpunk vor der Serie noch nicht gespielt hatte. Und zwar, es ging um diese ganze Hacker-Thematik mit dem Eis. Und die Edge-Wanner an sich, die wurden auch nicht so wirklich erklärt, bis dann halt Lucy mal ihre Geschichte erzählen darf. Ja, und ich wusste nicht so, was ist denn jetzt das Eis und was macht sie da überhaupt gerade? Und das fand ich so ein bisschen schwierig. Stranger Things gesehen. Ja, ja, im Prinzip, ne. Ja, aber das ist dann, was ist das Netzwerk oder was? Also, oder eine Art Barriere oder, oder, oder Second Life? Ich glaub, es ist quasi, vielleicht ist es so was für eine Firewall, also das Eis. Genau, es ist halt so das Internet, da haben die auch gesagt, irgendwie auch gegen Ende, dass so Internet 2.0 ist, weil vorher irgendwie so ein Krieg entstanden ist, irgendwie Cyber-mäßig. Und dann auch irgendwie Bestandteile aus der alten Welt da drin sind, also, oh, das ist ja richtig retro, was die da gehackt haben. Und auf diese Art und Weise hacken die sich dann halt durch diese digitale Welt. Okay, ja, also, ich hab mir das auch irgendwie erschließen können, spätestens, wenn sie diesen Chef von, wie heißt die japanische Firma? Also, die Arasaka, wenn sie da diesen einen Chef kidnappen, beziehungsweise gefangen nehmen und versuchen, in seinen Hirn einzudringen, um irgendwelche Informationen ans Tageslicht zu fördern, wo ich nicht ganz verstanden hab, was das für Informationen waren. Also, das ist mir ein bisschen untergelangt. Ich hab halt irgendwie nur mitbekommen, das ist ein Schatz, ein gigantisches Wissen und das ist verborgen in seinen Speichern und das versuchen sie jetzt da irgendwie zu extrahieren oder rauszukriegen. Aber was das genau war oder wofür das irgendwie taugte, keine Ahnung, ja. Also, ich hab das nicht so ganz mitgeschnitten. Ich wusste nur, okay, sie versuchen was aus seinem Kopf irgendwie rauszuholen, was andere halt da geheim halten wollen. Mehr auch nicht. Aber ja, das war dann auch irgendwie meiner Ansicht nach... Verzichtbar? Ja, also, ich musste jetzt nicht wirklich wissen, was das so ist, weil spätestens dann kam... Es ging eh direkt weiter. Ja, genau, es ging eh direkt weiter und dann kam schon wieder der nächste flapsige Spruch. Aber ich muss auch sagen, die deutsche Synchro, dafür, man hat's... Ich mein, da kommen auch so Begriffe wie Dukeck zum Beispiel, ja. Also, sie sagt halt wirklich einmal zu ihm Dukeck, wo ich gedacht hab, okay, das ist am Puls der Zeit. Ja, das ist wirklich... Bin mir auch beeindruckt gerade. Also, das ist am Puls der Zeit. Dann hast du halt coole Stimmen. Simon Jäger zum Beispiel als eben Ripper-Doc und so ein paar Leute und die ich dann auch kenne von anderen Filmen her. Also, da muss ich sagen, Hut ab. Ich fand auch den Soundtrack, ähm, den fand ich stellenweise richtig, richtig geil. Und stellenweise halt auch echt furchtbar billig. Aber ich finde, damit repräsentiert er meiner Ansicht nach so das Bild von Night City, was ich irgendwie durch die Serie vermittelt bekommen habe und auch so anhand des Spiels irgendwie habe. Also, ich finde, dass da so richtig Gabber-Boller-Techno mit drin ist und dann aber auch so wirklich coole, sag ich mal, melodiöse Hymnen irgendwie. Das fand ich halt, das passt halt eben zu dieser gesamten Welt. Also, ich finde, sowohl die Farben, die Farbgebung, muss ich sagen, entspricht dem, was ich mir darunter vorgestellt habe, wie halt auch die musikalische Untermalung. Die fand ich halt auch perfekt. Ja, also bei Soundtrack, da muss ich mich kurz einklicken, weil ich sehr, sehr auf die Musik achte und ich fand es, ich war erst mal so ein bisschen irritiert, weil es ein sehr Anime-untypischer Soundtrack ist. Ja klar, Franz Ferdinand als Intro, ne? Genau, Franz Ferdinand als Intro. Ich dachte so, yo, okay, was ist das? Ich muss sagen, der Intro-Song, der hätte, also ich verstehe die Wahl und es ist auch okay, aber ich finde es nur so 8 von 10. Ich glaube, man hätte noch was Besseres. 10 ist ziemlich gut. Ja, ist okay. Er hätte es noch besser machen können. Ich meine, es gibt ja diese Band Samurai quasi in der Cyberpunk-Welt. Von Keanu Reeves. Von Keanu Reeves, die quasi Refused sind. Ich finde davon ein Intro oder eben tatsächlich so was Typisches, so Elektro, Dark-Elektro-mäßiges. Hätte mir ein bisschen besser noch gefallen. Aber es ist nicht das, was man erwartet? Also, ich musste bei dem Intro tatsächlich an Cowboy Bebop denken. Optisch. Ja, optisch wie halt auch musikalisch, weil Cowboy Bebop mit seinem Jazz oder Swing oder keine Ahnung was, ist das letzte, was ich bei einer Sci-Fi-Serie über Kopfgeldjäger oder beziehungsweise Glücksritter irgendwie erwarte. Und diesen Franz Ferdinand-Song fand ich auch merkwürdig. Und ich meine, ich bin mir ehrlich, Attack on Titan, das ist der erste Song, den sie hatten, wo sie Deutsch singen, war auch etwas, was ich nicht erwartet habe. Ich meine, es war dieses japanische Schmiermittel so, aber trotzdem, dass sie da Deutsch singen so. Das ist ja nicht komplett Deutsch, das sind ja nur einige Worte. Ja, aber das erwartest du doch nicht, wenn du eine Serie auf Japanisch guckst, wo du englische Untertitel lesen musst. Aber man weiß ja, dass die deutsche Worte voll geil finden. Ja, zumindest in der Serie. Das weißt du aber erst, wenn du ein paar Folgen gesehen hast. Nee, ich meine, wegen Spielen und so, die haben wir schon früher schon immer deutsche Wörter gerne genommen. Ja, ja, klar. Also, ganz viele Spiele, Japan. Die Tour ist ja halt so ein bisschen Deutsch-Fan. Ja. Und mehr wollen wir auch dazu nicht sagen. Ja. Lesser, Bier und deutsche Worte. Ja, ja, ja. Und die Medizin. Ja, nur das Beste. Ich finde halt, der Intro-Song verliert so nach so zehn, also zehn Sekunden ist ja geil und danach verliert er zu viel an Tempo. Deswegen bin ich nicht so ganz heavy mit dem Intro-Song. Ja. Weil der Soundtrack sonst ist geil. Also, der Intro-Song hat mich jetzt, ich meine, den skipp ich. Also, ne, wenn du zehn. Noch zweimal gehört und dann geskippt. Wenn du den zehn Folgen hintereinander guckst, dann guckst du ja nicht zehnmal, sondern du skippst meiner Ansicht nach. Und ich hab das halt gestern durchgeballert und dementsprechend war mir das dann auch egal. Ich fand die Wahl halt nur einfach charmant. Ja, ich würde auch nicht sagen, dass es der beste Song ist. Aber allgemein, wie gesagt, sind da einige Songs drin, wo ich wirklich die Hände beim Kopf zusammengeschlagen hab, aber verstanden hab, warum sie da drin sind. Also, es wird halt nochmal, glaub ich, auch verständlich. Ich hab, die Songwahl fand ich ja auch so ein bisschen weird, aber wenn man dann, ähm, das Spiel gespielt hat und hört auf einmal, wenn man, während man durch Night City fährt und hört dann im Radio die Lieder, die da in dem Anime laufen, dann fängt man, aha, okay, deswegen haben sie das reingemacht. Also, diese Connection zwischen dem Game und auch dem Anime zwischen, also mit dem Soundtrack, die ist sehr, sehr eng. Und, ähm, da, das Energie ist sehr gut, find ich. Und muss man jetzt wirklich das Spiel gespielt haben? Nee, oder? Nee. Das ist ja halt das, ähm, also man verliert halt nichts. Also, man kann auch das Spiel spielen, ohne den Anime gesehen zu haben und man kann den Anime schauen, ohne auch das Spiel gespielt zu haben, weil es ist letztendlich nur eine Side-Story in dem Spiel drin. Weil es gibt zwar jetzt im Nachhinein, haben sie durch Patches dann halt einige Elemente mit eingebaut, die dann aus dem Anime kommen, wie zum Beispiel den Soundtrack, du gesagt hast, einige Waffen, Getränke, Jacken. Genau, er hat seinen eigenen, äh, David hat seinen Legendary Drink bekommen, was immer so eine extreme Auszeichnung ist. Sie kriegen nur die krassesten. Okay. Sie kriegen so ihren eigenen Drink. Ah, okay. Und das sind so kleine, kleine, ähm. Im Afterlife, also wo die auch vorher abgehangen haben. Und würdet ihr sagen, dass in Arkane mehr Fanservice enthalten war als in Cyberpunk? Ja, weil da mehr zur Backstory der Charaktere und zu der Welt aufgebaut wurde und hier wurden halt Charaktere etabliert, die dann für die Geschichte sehr schön sind und cool, aber für das Spiel total irrelevant, die brauchst du halt einfach nicht. Und meinst du, die werden dann irgendwann im Spiel nochmal implementiert? Ich glaube nicht, weil, ich glaube, die Story spielt vor dem Spiel, so zeitlich gesehen. Ah, okay. Jahre vorher, glaub ich. Ja. Okay. Aber es wär doch eigentlich schön, wenn man vielleicht irgendwie eine Art Simulation irgendwie besuchen kann, oder? Ja, das wär cool, aber wie gesagt, dann ist es halt nur ein Bonus, aber ist jetzt nicht relevant für die Story von Cyberpunk 2077. Wobei man sagen muss, es gibt ja in dem Anime auch diesen Adam Smasher, der spielt auch im Spiel eine wichtige Rolle oder den trifft man tatsächlich auch. Aber ansonsten gibt's gar nicht so viele Figuren aus dem Spiel, die in der Serie auftauchen. Ich hab gelesen von der Taxifahrerin, ne, die mal irgendwie zu sehen ist und ansonsten, also Keanu Reeves hab ich jetzt nicht wahrgenommen. Die Barbesitzerin vom Afterlife sieht man ganz kurz in der Cutscene. Echt? Ach, witzig. Ja, die wird doch kurz gezeigt, als Rebecca nicht in die Bar rein konnte und David sie dann reingeschmuggelt hat und dann hat man sie kurz gesehen. Ah. Das fand ich eine schöne Montage. Aber das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Also, ich meinte, dass die Stadt wird repräsentiert, man sieht das Afterlife, das sind ja alles Locations, die man sehr gut kennt, wenn man das Spiel mag und auf die man auch Bock kriegt, wenn man die Serie dann sieht. Aber die Figuren, wie gesagt, sind sehr getrennt voneinander. Die Figuren machen ihren eigenen Shit und ich find das so eigentlich ganz gut, weil, wie gesagt, für mich ist die Stadt das Relevante, sag ich mal, an dem Universum. Ähm, und die können gerne mehr in diesem Universum stattfinden lassen und andere Aspekte beleuchten. Auf jeden Fall. Ich find auch diesen Corporate War, also diesen Krieg zwischen den Firmen sehr interessant, um den sich ja hier auch vage alles dreht, aber am Ende sieht man davon nicht so viel. Und ich find das geil, das mal zu sehen, die Zeiten, wo wir noch mit dem alten Internet irgendwie die Corporations gegeneinander gekämpft haben oder so. Oder die Entstehung von Night City, so. Was das am Anfang war und wie sich das dann über 100 Jahre wahrscheinlich entwickelt hat. Also, mehr Spin-offs zu dem Franchise und zu der Welt, aber zu dem eigentlichen Spiel braucht man das eigentlich nicht. Also, mich interessiert wirklich die Welt mehr als jetzt irgendwie noch mehr Sachen. Ich brauch keine Geschichten über V oder Keanu Reeves und so weiter. Das brauch ich nicht. Ich will einfach die Geschichten vorher, nachher, so kleine Geschichten wie jetzt bei Edgerunners, das ist das, was ich gern hätte. Keanu Reeves wurde ja beleuchtet, also die Figur von ihm, das wurde ja alles, Johnny Silver, das wurde ja alles. Das kennt man aus dem Rollenspieluniversum, wurde gut übersetzt, mit Keanu Reeves geil besetzt. Ich brauch da nichts mehr. Für mich ist das abgeschlossen. Ich hab ihn nicht vermisst. Und, ähm, aber jetzt, okay, sollte es dann lieber eine zweite Staffel Cyberpunk Edgerunners geben oder einfach eine losgelöste Cyberpunk weitere Serie so? Also, zum Beispiel jetzt mal, sollte es zum Beispiel mal eine, ja, Johnny Silverhand Kurzserie geben, was ich 6, 8 folgen, wo man ein paar Abenteuer von ihm sieht. Also, wäre das ... Die gibt's halt auch, das gibt's ja alles schon im Spiel, dass das Problem, du siehst, wie er Bandauftritte macht, dass er ein ganz schönes Arschloch ist, du siehst vorher Mitte, währenddessen, nachher, du siehst ja sogar sein digitales Abbild, wie er dann darauf reagiert. Also, du hast eigentlich alle Aspekte beleuchtet. Ähm, also, ich brauch ihn nicht so. Andere Figuren gerne, aber ich brauch auch nicht Edgerunner 2. Ja, ne, ich würd auch sagen, ich find das Ende eigentlich ganz rund, so wie's ist. Und ich müsste jetzt keine zweite Staffel nochmal sehen. Ich mein, mit den Figuren kannst du sowieso nicht machen. Nee, genau. David hat man ja nicht gesehen, wie er wirklich gestorben ist, ne? Ja, aber das hat sich ... Offscreen mal wieder. Aber das hat sich ja auserzählt. Also, die Story um diese Charaktere hat sich auserzählt. Es gibt aber natürlich, die Welt bietet noch so viel mehr. Natürlich könnte man jetzt auch nochmal eine Edgerunner-Story machen, aber ich glaube, es wäre reizvoller, noch andere Perspektiven zu sehen. Weil wir haben jetzt diese Street-Kid-Perspektive quasi gehabt, so wie ist es, von unten quasi aufzuwachsen und sich da irgendwie hochzukämpfen, wortwörtlich. Vielleicht nochmal von Corporate-Seite. Oder es gibt ja auch diese Nomaden, die irgendwie in der Wüste leben, sowas zum Beispiel mal zu sehen. Ist genau wie im Spiel, wo du ja auch die drei Wege hast, ne? Du kannst als Gangster, als Nomade oder als Corpo anfangen. Und das wäre jetzt vielleicht ... Naja, das war halt eine andere Sache, ne? Das ist halt Edgerunner, ne? Das ist nochmal eine andere Sache. Aber gerne würde ich dazu noch mehr. Also, das Universum ist super und bietet so viel und passt perfekt in die Zeit und warum nicht mehr? Kommt bestimmt ein Spin-Off-Serie zu dem Klassenkamerad von David. Könnte auch sein, ja. Der arrogante ... Ach, den er verprügelt hat am Anfang? Oh, okay. Ja, da sehen wir ihn doch. Da sehen wir, hier, der zweite von rechts, der Mitte. Ich rette David irgendwann, wenn das alles Schutt und Asche ist und alles nur noch ein riesiger Müllhaufen und die Menschheit mittlerweile in einer Stadt über der Welt schwebt, dann wird da irgendwie ein Mann über diesen Schrottplatz streunen und dann findet er den Kopf von David und pflanzt ihn in einen Cyborg-Körper und dann ... Oh, und gespielt von Christoph Waltz. Als Faraday, ja. Und dann finden wir raus, dass Battle Angel Alita immer das falsche Geschlecht hatte. Beziehungsweise eigentlich mal ein anderes Geschlecht hatte, sagen wir es so. Ja, gibt's noch was von eurer Seite aus zu sagen? Wollt ihr noch irgendwas loswerden zu Cyberpunk? Habt ihr irgendwie etwas vergessen, loszuwerden? Ich glaub, der Anime hat das Spiel eigentlich noch mal gut auf die Bildfläche gebracht. Also, ich glaub, die Jacke kann man jetzt wieder tragen. Ja. Also, das Spiel wurde gut gepatcht anscheinend. Ist zwar noch nicht so fertig, wie sie es in der Vision hatten, aber ich glaube, es ist so interessant geworden, dass viele Leute es wieder angefangen haben. Und selbst ich sage, ey, okay, viele Leute sagen mir jetzt gerade, das Spiel ist ziemlich gut geworden, schau da noch mal rein. Das hab ich auch öfter mal mitbekommen. Natürlich durch Herrn Döhler, wenn man dem folgt, weiß man natürlich auch immer so ein paar Neuigkeiten. Du musst nicht unbedingt alles glauben. Nein, nein, das kommt ja hinzu. Das kommt ja in Schweren hinzu. Aber ich hab auch schon von anderen Stellen dann irgendwie mitbekommen, dass die Arbeit, die dann noch mal zusätzlich in Cyberpunk 77 reingesteckt worden ist, dass da sehr Leute sehr glücklich drüber sind und das auch als positiv hervorheben. Ja, man mag am Anfang vielleicht nicht die beste Entscheidung getroffen haben, das Spiel so rauszubringen, wie man sich am Anfang rausgebracht hat, aber die Arbeit, die dann danach noch reingesteckt worden ist, soll wohl doch sehr viele Leute von dem Frust vom Anfang irgendwie wieder abgebracht haben. Und das find ich dann halt auch wieder noch mal erwähnenswert. Und wenn dann so eine Serie daherkommt, die Lust macht, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen, und das find ich trotz aller meiner Kritikpunkte, ne, ich hab das problemlos durchgeguckt. Ich find, das geht flutscht durch. Ich mag auch die Action-Sequenzen so. Ich will nur sagen, dass ich halt von Studio Trigger anderes gewohnt war oder noch anderes kenne, wie zum Beispiel halt ein Jedi, der mit seinem Lichtschwert irgendwie einen Sternzerstörer in zwei Teile zerteilt. Ach, das ist die eine Folge aus der What If. Und all so Sachen, weißt du, da hab ich irgendwie was Vergleichbares nicht so ganz gehabt. Ich hätte mir auch von dem Kampf gegen Adam Smasher irgendwie so ein bisschen mehr erhofft, und das hab ich nicht bekommen. Aber trotz allem muss ich sagen, ey, find ich cool, dass hier eine Serie gemacht worden ist, mit der man nicht unbedingt das Vorwissen braucht, aber halt eben Lust vielleicht bekommt auf diese Welt, auf dieses Spiel, auf, ja, die Action vielleicht und auf noch weitere Sachen von Studio Trigger. Generell könnte man sagen, dass so eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Medien durchaus häufiger stattfinden könnte, weil wenn man's gut macht, dann funktioniert's auch. Das eine macht Bock aufs andere, aber es kann für sich funktionieren und ist auch gut und man braucht nicht beides, damit es irgendwie Spaß macht. Und die sorgen vielmehr ... Bei halt so gewissen Elementen, was ihr gesagt habt, dass die Sounds, die Töne, die Musikstücke, dass die halt irgendwie alle zur A-Welt passen oder aus dieser Welt entnommen worden sind oder halt eben eine schöne Ergänzung zu dem sind, was man bislang kennt. Ich glaub, das ist genau das. Es ist ein schöner Snack, eine schöne Vorspeise, die man gut genießen kann, die Lust auf mehr macht. Ein Amus-Busch quasi. Ah, okay. Ja, cool. Dann dank ich euch vielmals für diese Einschätzung. Vielleicht habt ihr ja Lust, vielleicht habt ihr die Serie schon gesehen. Lasst es uns gerne wissen, ob wir euch Lust gemacht haben oder ob ihr halt die Meinungen hier teilt. Oder vielleicht seht ihr es auch komplett anders und ansonsten ... Wir müssen die Serie schon gesehen haben, weil das ihr Recap ist und Spoiler. Ja, aber manchmal ... Aber wir haben noch ein bisschen was übrig gelassen. Ja, ja, wir haben ja nicht alles erzählt. Guckt's trotzdem. Genau. Falls ihr's noch nicht geguckt habt, guckt's trotzdem. Und falls ihr's schon geguckt habt, könnt ihr ja gerne nochmal gucken. In diesem Sinne, danke, danke, danke. Und alles Gute da draußen. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash badabinch. Tschüss. Tแต habr nichts...